Sichtvermerk Solange du noch einen Grund nennen kannst, warum es dir gefällt auf dieser Welt, nimm keine Rücksicht auf deine Erben und warte noch mit dem Sterben. Glaubst? Seit meine Schwiegermutter ist gestorben, fühle ich mich wie neu geboren. Glaube mir, das hat was zu tun mit ihr, denn nun sorgt sie von oben für ihren Schwiegersohn und ist nicht sehr darauf erbicht, dass Mieb old Widersicht. Zeitzeichen, ohne zu hetzen, aber kann man, was man nicht hat, verletzen oder nicht kennt, vermissen? Ich spreche von der Moral und dem Gewissen. Ausdruck Den Wert eines Menschen erkennt man ganz bestimmt nicht an seiner Ausdrucksweise. Geld? Das war scheiße. Denn wer hat's nicht schon erlebt, wie einer, der schön gesprochen, sein Wort hat gebrochen. Das war schon Nev Mensch. Denn wer hat's nicht schon erlebt, wie eine Sanfte, Vielen Dank.